wir haben noch zwei wir haben noch zwei so wir haben zwei lol Mafia Graves finde ich aber nicht so cool ich finde ihn recht witzig der dieser Space Marine Graves das ist cooler die Knarre ist einfach zu krass dieses Gewehr von dem ist viel zu krass Besser geschenkt ist der Kleebert Malfoy ja den hab ich ja hat doch nur irgendwie 100 noch was gekostet hab ich voll viele geholt aber die waren alle Müll ich habe irgendwann dann Malfoy gespielt und dann wusste ich nicht mal dass ich den Skin habe das hat mich voll gefreut das das ist so wie Geld finden in alten Klamotten ich habe 10 Euro vor der Pizzeria an Lohne gefunden ich habe mich gefeiert Topolino? ja ja die haben eh zu viel Geld keine Ahnung ich gehe so raus und dann oh Junge 10 Euro habe ich aufgehoben also du Hurensohn Willkommen zum Summoner's Road Lies hart sagt er zu Ari ich muss erstmal hier deffen dass sie nicht invaden und so das ist ja wir haben ähm den Ari ist Singenskirchen Leona Starn ein Sin Scrap und fast fliegen fast ein Slot ist dann schon mein mit meinem weh wenn der voll ausgebaut ist ja okay er wird auf jeden Fall so abgebremst dass es schon fast so aussieht als hätte er null Beschleunigung also abgefuckt wieso was denn warum machst du Liegestütze bist du behindert nur Pussys machen Liegestütze ich helfe dir ja ist ja okay heul nicht was will er denn weiß ich nicht was willst du willst du ein Hartleash hier haben ja ja beim Red bekommst du den Stiel Stiel Oh mein Gott hör den ersten an wiii hä ich wollte gerade smiten ey ja jetzt warte bevor du smites jetzt smite also ich hätte den Red gerne genommen dann habe ich ja nicht das glaube ich dir Direkt drauf, Face, Alter. Ich hab das Gift, ne? Du bist ehrlich behindert. Wer skillt den Fling als erstes? Ich. Nein, natürlich nicht. Nein! Lass den Flash einfach raus. Mal reinspringen, GG. Reinspringen, GG. Autsch! Daddodge. Bisschen harassen, aber wenn ich nicht fahren kann, ist gut. Daddodge. Ja, easy. Er ist immer noch der Vines. Okay, der zwei. Der wird nicht so seine Pots raus, ey. Alle? Drei? Nein. Der hat Clotham und der hat fünf. Also. Wen haben die als Jungler? Ich kann grad nicht gucken. Ach, Malfight. Fick dich doch. Bisschen ab, ey. Ich hab mich verskillt. Süß. Er will mich killen. Ich hab gleich wieder volles Leben, du Bitsch. Hier Trankwasser, was trinkt das? Ähm, es heilt Mana und, ähm, Dingens. Und HP. Also, es ist ein HP und Mana-Pod. Javan SS. Wie lange wird es aktiviert? Dreimal kann man das aktivieren. Und es, äh, refresht sich nach einem Base-Besuch. Ja, war klar, die gehen immer besser sind. Ich komme. Ich werde festblatt. Komme. Ich komme. Fucking faggot, Alter. Mach dich für den Scheiß. Heiße Schritte. Er hat alle seine Potz raus. Ich habe auch. Willst du den Blue haben? Dann musst du schneller machen. Komm, ich kann nicht lang tanken. Ja, ich komme ja schon. Oh mein Gott, komm schneller. Ich komme. Lauf zum Baum hier. Lauf zum... Doch, nicht da lang. Oh, was ist doch nur Penner. Ich sage, er läuft zum Baum hier. Er läuft zum Busch. Oh shit. Jetzt hatten wir Teleport und Flash. Okay. Ich glaube, der killt mich gleich. Ja, war ein starker Top-Länger. Ja, Mann. Sein Passiv ist voll stark. Damit killt der mich voll. Nein. Lol. Super, ey. Ja. Ich war um einen Katalysator. Passt schon. Fuck. Ich habe es öfters mit ihnen üben, ey. Das ist eigentlich voll easy, Mann. Ja. Aggressiv verspielen, aufbrancheln und dann haben die Kinder viel Angst, ey. Fuck, ey. Ja, deswegen. Ich will den öfter spielen. Und wenn ich ihn kann, dann ist ja Party vorbei. SS übrigens. Ja, wenn ihr eure Lanes gewinnt, dann ist ja alles cool. Sollen wir dich carryen. Du hast mich durchschauen. Ja, ich bin Level 4, keine Ahnung. Ich bin ja gestorben. Also das ist richtig krass geworden jetzt mit den Erfahrungen jetzt, ne? Wenn man stirbt. Ja. Ich bin ja locker zwei Level über dir. Das ist echt fucking scheiße, Mann. Ich habe so einmal richtig gemerkt, weil als ich mal Lux gegen Ben gespielt habe, bin ich zweimal gestorben und er war viel Level über mir oder so. Ja, das war auch nochmal. Man war eh keine Chance mehr, eigentlich. Hat sich Malfight eigentlich schon gezeigt? Ja, auch nochmal. Ja, der hat aber unten nicht gegangen. Ja, Mitte war eher so ein Fake-Gank. Die Dinge, es hatte keinen Mana und er hat so Mitleidstour versucht. Juhu! Den Neuort? Nein. Natur! Fuck you, ey. Ey! Der portet sich! Ey, der portet sich nach hinten! Ja, und jetzt? Boah, Mann, wieso haben die Flasch? Nicht mich! Malfight top, okay, gut. Äh, das sind doch nur noch mal. Mh, so, tut. Trap, tut. Trap, tut. Trap, tut. Sie sind gut, wie sie sind, bevor die teleportiert hat? Ja. Lass uns geflinkt. Hab ich, Mann! Ich hab direkt hinter euch gepinkt. Nicht gepinkt, geflinkt. Ach so, geflinkt. Der stand am Tower. Kann ich gleich wieder Blue haben, dann, ich hink ein bisschen mit meiner Hand daher. Ich hab's doch grad vorhin gegeben, Mann. Muss so, Minute zwölf fahren, oder so. Wenn der am Tower portet, dann flinken sie doch nicht. Warum nicht? Weil ich Laura. Ich bin grad übrigens fast wieder gestorben. Übel, ey. Gübel. Aber der hat Ult bei euch benutzt, ne? Unten. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, er schafft's. Nicht. Nicht wahr, ey. Wieso sind die immer so greedy? Oben hat er, glaube ich, keine Worts? Oh mein Gott. Wer ist denn hier? Pass auf, renn. Ren, renn, renn. Oh, die haben euch hart geholt. Fling ihn. Fling ihn. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Ja. Und der auch, der auch. Komm, komm, komm. Ich hab keine Schuhe. Wie? Ja. Sof, Sintra, komm, Sintra, komm. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Renn, renn. Sintra? Die ist weg, mitte. Ach so, die ist Sinn. Ja, ich brauch keine Angst haben. Ja, du vielleicht auch nicht. Nee, du hast keine Schuhe. Aber es ist ja keine Ulti mehr. Die Ulti hat ja an mich verschwindet eigentlich. Weißt du, Malfi kam so mit die Ganken. Er denkt so, jetzt hab ich dich. Und dann Ulti, Ulti, Ulti. Bläh, Flash. Alles schwuchten. So, ich hab mein 1.000-Gil. Spiel ist vorbei. Für die Gegner. Ich geh auf Ultimativ-Movement-Speed, ey. Ich geh tanky, man. Vor allem gegen Java, geh erstmal tanky. Ja, schon. Und erstmal abfahren. Was geht unab? Nichts Gutes. Bin ich babysitten. Ich komm mal. Oh lol. Nein. Flash dich. Mach deine Idee. Was hast du gemacht? Ah, wie seid ihr denn? SS-Top. Lol, Alter. Ich dachte, der Ding ist so... Ja, der steht, der steht dann! Der steht doch nicht mehr! Nein! Ist er nicht gestorben? Nein. So knapp, Alter. Hm, ist hier der Blut da. Was macht die Rotland denn? Rotland-Feed, Alter. Ja, für die Grave, ne? Jetzt gehen... Rotland ist schlecht. Es ist wirklich Zeit. Kuck, jetzt hat sie einen Kill mit. Ja, das ist mir erst mal zum Blue. Ja, ich muss erst die Mitte zurückpushen. Das ist so ein bisschen, ich habe mein letzter Ulti verkackt. Nix Neues. Verkacken, Alter, mal. Ja, mach... Ja, puh schnell, Mann. Ich komme ja schon. Geh doch auf! Mal, die sind so schlau, ey! Das ist unglaublich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Die sind schon zwei, eins. Ja, lol! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fuck! Was ist los, Top? Er hat 100 HP oder so. Weniger. Der ist weggeflasht. Nein, ich bin so scheiße. Schau mal Botlane an, das ist echt normal, ey. Nur am Feeden, Alter, Leona, Hauptsache Leona Fokkerin. Quay, ist ihm sehr, Junge, guck mal, die gehen drauf, warum? Ich bin wieder dauernd. Leine, geh drauf. Oh nein. Da kam das, da machst du, ja. Ich hoffe, er ist 23 Sekunden bis ult. Ich komme schnell entgegen. Bleib an der Wand. Oh, fuck. Er ist down. Extra geflasht. Na, die Midian! Ah, wollte ich gerade sagen. Oh, fuck, Alter. Hast du mir Schick gegeben gehabt? Was? Was? Hast du mir Schick gegeben habt? Ja, natürlich, hab ich geflasht, um die Schick zu geben. Kommen wir mal an der Rangefall an. Ey, warum haben wir denn so eine Schick? Wirst du wirklich nur die Botlane, die gerade übertrieben verscheißt? Ja! Ey, Ding ist getogen, ne? Ja, ich merks. Helft mir! Ich warte hier, ich warte hier. Ich weiß nicht, von wo sie kommt. Ich hab' von oben. Geh nach oben. Geh nach oben. Geh nach oben. Geh nach oben. Komm, von da geht oder geht er in den Busch. Wenn sie hier ist, machen wir die kalt. Ne. Geh nach oben. Und dein Alli hat so gut gemacht. Ja, das ist echt. Okay. Okay. Und der spielt schon scheiße mit Leona. Ich weiß, wie es die Bottle machen. Die gehen immer drauf. Ohne Grund. Die ganze Zeit. Was ist die Pushter durch, Mann? Unglaublich. 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 Regina ist der schon so greedy, so stark, der ist einfach ein Gang. Komm, 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 komm. Äh, Dings geht in der Mitte, ne? Wer? Ähm, Leona. Ich bin ebenfalls auch da. Da in der Mitte, ey. Pass auf. Schade. Ihr seid da da. Schnauil, bevor sie bekommt. So, wie rein? Wenn ihr sie grabben kannst, kann ich sie taunen. Kann ich nicht, glaube ich. Aber... Oh, shit! Fuck, was ist das? Sollte nichts machen. Ich hab du wegen nur gemacht. Egal. Ja, wir dachten, wir sind high-end. Mann, ihr verkackt, Alter. Wieso wir? Ich bin nicht gestorben. Ey, ich hab alles abbekommen. Ich hab... Drei Ulz oder so abbekommen. Vielleicht auch fünf. Sieh, wir! Kinders! Alter. Ich brauch mal den Blue, Alter. Ey, Lee Sin! Ist tot, ist tot. Mein Gott, die kriegt die ja noch. Mach die kalt! Weg, der komm weg, der komm weg! Never. Never, ever, ever. Mitte, komm, direkt. Toad on, go, go. Ich glaub kein Mana mehr. Brauchen wir nicht. Auto-Tax. So, ich bin kurz B. Heighten Tower. Töten? Bist du dur... Ah, jung, was macht ihr? Jetzt töten. Oh, shit. What the fuck? Ein Boomerang, tausend Millionen Leben aufgetrunken, ey, Schwuchtel, ey. Du musst du selber machen, ich pack dich nicht. Ich muss B. Haben wir Liwana? Nein, ich sterbe! Fuck, ey, wir haben Liwana nicht mal bekommen. Oh, shit. Ren, doch. Hey, hier, da braucht es nicht jemand. Ren, Liwana! Super. Verpisst dich! Da komm ich auch nicht mal B, hier. Wo ist der fucking Stab, Alter? So viel fucking... Items, darauf komme ich nicht klar. Wir carry'n den Shit. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. 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 Yo, die pushen alles kaputt. Sie sieht, wir müssen wieder instant weghauen. Unser Graves, komm... Unser Graves, auf den können wir nicht mehr zählen. Graves ist... Alter! Du... Junge, du machst die fertig. Siehst du das? Siehst du das, wie du sie fertig machst? Siehst du das? Ja, weil ihr da wart. Spüren sie es, Mr. Krabs? Die Liwana geht sogar noch auf den Dingens drauf. Sie machen, glaube ich, Blue. Oder wollen Blue machen? Haben den schon. Haben sie schon? Ja, wenn die schon Blue hat. Oh, lol. Ich hab gesagt, mach schnell den Blue. Ja, mit Blue Live und kein Mana. Ja, ich könnte vorbeikommen. Schau mal deren Blue. Ich könnte vorbeikommen. Mach auch Barren, direkt Barren. Spaßlos. Hey, wenn die herkommen, sind wir... Ja, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt man, die hat das gesehen. Das ist gewordet. Siehst du das? Ja, ne, ne, ne. Halt sie auf. What the fuck? Halt sie auf. Nein, ich komm hier nicht rüber, warum denn? Mein Ulti ist so useless. Hey, ich muss auch aus. What the fuck? Weg von mir. Weg von mir. Warum rett sie jetzt zu mir? Mal ehrlich. Fucking Grey. Fucking Grey. Wee. Wee. Ihr fucktütung. Mein Gott, die haben ja alle Kills, ey. Jeder Lane, Mann. Mann, ist die Duf. Jetzt können wir den Barren machen, eigentlich. Ich mach den Solo, ich brauch das nicht. Ich meine, musst du mir reinziehen. Allein 16 Kills kommen nur aus deren Lane. Ich komm mit. Komm, Barren. Sicher, ich will den Blue machen. Barren. Ich kaufe ihm mal diesen Award-Item, wo sie legt keine Uhr. Was hat doch aber gewordet? Warum macht der den Barren dann? Weil der nicht mitkommt. Wie kommt der nicht mit? Sie ist eh vorbei. Das ist nicht vorbei. Oh, so fucking dump. Wenn der jetzt nicht weglauft, dann ist es vorbei. Hat mir die, ey. Ich weiß nicht, wann er den Gift angab gerade. Jetzt aber. Ja, du nicht vergessen, den Gift anzumachen. Alter. Wollt von hinten, ne? Müll verziehen sie. Und sterbe ich lieber von Malfight, ey. So, tschuldig. Jo, Herr Clouding, für dich. Hol mir den. Jut. Oh, Zivir? Boah. Bester Mann. Wie rennt der nicht weg, Alter? Du mib, Alter. Wenn es nicht hat Graves jetzt schaden. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was macht der nur Scheiße? Hat er gerade echt Thank You Lee gesagt? Das waren die Bellen machen, oder was? Game Dragon. Jihihi. Fuck, oh, Baron. Die Bellen machen, Alter. Ja, ich versuche zu zielen. Scheiß drauf. Alter. Ich hab doch kein Scheiß. Ich ziel, ich ziel, ich ziel, ich ziel. Hundertprozentig. Ich kill sie einfach. Komm. Oh, Mann. Ich wollte es zielen. Katie. Boah, sauber. Nein, die fokussen in der Aris. Scheiße. Ah, ich komme entgegen, aber ich bin so fuck. Wir haben vier gekillt. Passt schon, wir haben vier gekillt. Ey, Syndra, ich glaube, ich bin geil auf die. Ich mach sie so fertig. Du bist geil auf die. Was bist du denn von Herrn? Geht weich, Baron, komm. Das dritte Mal. Ja, bist du, willst du mich eigentlich verkloppen, oder so? Ey, die vier sind tot, komm. Nur noch die Hunde. Hast du mein Leben gesehen? Die hat nur ein Kuh machen. Graves und Leves Inn. Wir sind viel besser als die, Mann. Nein. Doch. Das ist krass, wie ich weiß, wie eine Kacke. Hallo. Was hat denn er sich gekauft? Attack Speed, Crit. Was bringt das noch? Movement Speed. Ach so. Das ist dieses neue Ionix-Bark quasi. Quasi. Doch ein Wort. Bitte leg ein Wort. Leg eine Pinke. Nicht da hin. Doch eine Pinke. Sauber. Ey. 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 Ich bin nicht klar, ne? Hier oben, hier oben, da, 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 da. Das war zwei. Da auch noch zwei. Oh mein Gott. Ich habe ein Jao-Barn, ihr seid doch vor die... Es kommt die für noch mit lane. Okay, Sivils Mitte. Aber sie pushen, ne? Inhibitor. Wenn ich kann. Sivils push inhibitor. Ja, dann wäre mir einer B. alter statt mit der mensch aufzumachen wenn die weg noch alle tot mann so sie wir halt kann nicht aufgehalten die noch bärin zu die können wir nicht machen ich habe noch hat den nächsten auch noch sie bekommt ihr euch entgegen unten aufpassen und sie bekommt euch entgegen ja ich nicht gestorben da sie kann mir die kommt ein kleiner kleiner leona die oltel das ist abhauen sie nein ich bin drüber holen was auch wichtig ich bin ich habe keine mann mehr und keine ulti obwohl ich habe doch Ja, zwei von den, zwei von den Stärksten sind gestorben Da, da stehen sie drinnen, da stehen sie drinnen Stehst mal Kuh rein Komm, geh rein Da, lass mich den Ward kaputt machen, komm, go Und jetzt komm hier rein, hier rein, hier rein Ja, wir müssen irgendwas machen, in Longlife kann ich hier ewig stehen Wir können ja gleich weggehen Hilfe Hilfe Komm, die schaffen wir da Oh Mann, wir haben gar nix übrig Oh, verteidigen müssen wir auch noch, ey Wir haben alle Lola, wir müssen einfach nur kurz Ich hab kein Mann mehr, ich hab kein Mann mehr, ich hab kein Mann mehr, ich hab kein Mann mehr Ja, fuck Wir haben zu gut gepulscht und wir haben keine Vision auf die Barons Hälsch mir! Nein! Schieß sie weg, schieß sie weg! Kein Ulti! Nicht, nicht, nicht Nee, ich lau weg, ich hab kein Mann mehr, ich bin tot Ich bin tot Komm mal, ziehen, 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 ziehen Ich hab kein Mann mehr, ich hab keine Ahnung, ich hab kein Mann mehr, ich hab kein Mann mehr Lass jetzt Barron machen, ich mach den jetzt, ey. Du mit deinem Barron, Alter, hast du irgendwie... Ey, wir brauchen den, und den können wir nicht gewinnen. Bringt das eigentlich was, die Schuhe aufzuwerten? Eigentlich nicht, oder? Bisschen, doch. Ja, aber für den Magier was bringt... Nearby Minion Scan, Mission Movement Speed, whenever you deal damage to the single target attack, hab ich nicht. Ey, das ist doch... Das ist bestimmt gut. Hätte nur, nur Einzel-Target-Dingens Kirchens. Die machen den, komm. I'm on my way. Wo sind sie? Pass auf, nicht, dass du jetzt überraschendst, wo man zack, bumm, seid ihr tot. Da sind sie. Halt die Fresse, Alter! Sag mir der Graves, was ich zu tun hab. Oh mein Gott. Auch noch dieser Graves. Aber warum haben die eigentlich... Hinter dir? Die machen... Die machen den gleich. Ey, die sind da im Busch. Oh oh, die sind alle hier. Die sind alle da. Ey, die sind alle in unserem Wald. In dem oberen. Ich check den mal hier. Nimm da one gelegt, pass auf. Wir wollen orakel. Tihi. Da sieh' wir wieder. Also da wurde gewartet, bestimmt der Red Buff. Die sieh' wir. Nein. Ey, go. Jetzt push mit der Hard. Sie ist der für. Bitte der... Mitte pushen nur Minions. Lass' dann gleich den Barrel machen. Oh Junge, du mit deinem hässlichen Barrel, Mann. Ihr müsst einfach mal Mitte pushen. Wir kriegen sonst gar nichts hin. Dann push doch Mitte. Wir wollen uns jetzt zu zweit Base treffen. Die können doch wohl locker zu zweit Base treffen. Ja, aber locker mit zwei Leuten pushen. Alter, aber hättet ihr mindestens Down kriegen können. Jetzt können wir pushen. Ja, es ist zu zweit. Ich steig' mir rein. So. Oh, ich hab genau genug für'n Galien. Ja, mal Lutbrankstilis, ne? Haben immer noch keinen Vorteil, ey. Kriegt er nicht mehr, oder? Geh zurück! Was? Twilight? Twilight? Wir müssen hin wieder Deffen, ne? Ich weiß nicht, was ich mir kaum mitlesen. Ja, ich weiß nicht. Wow, wow, wow. Ey, kann nichts gegen sie mal machen, ne? Wieso? Halt sie auf! Na, wie denn? Drauf! Wie du drauf gehst, ich bin auch schon da. Drauf! Wo hast du schnell, Alter? Jetzt Deffen, jetzt wieder Deffen, go Mann, du musst den Tower hier oben immer beschützen Mann Du musst eine Strong Male, genau Gibt's das noch? Item? Ja, ne? Dann hab ich mich gestern selbst gekillt Das Item habe und easy Easy tanking Fuck you Das kann's doch nicht sein. Das kann's doch echt nicht sein, Mensch. Komm weg, komm weg. Die haben alles gewordet hier. Ja, Leon hat das Item, ne? Dann benutzt du es nicht mehr häufiger. Hat Shurelia, hat die diese beiden benutzt? Nö. Was macht die da? Pass auf, die Push-Mitte. Ja, wir können erst die schnappen. Sie wird ganz hinten. Was? Oh mein Gott! Auch noch Strollman geholt. Hey! Ich hab die Sonne gerade gesehen, aber ich krieg sie hier nicht zu packen. Keine Ahnung. Die Push-N-Top. Drei sind oben, drei sind oben. Da. Pass auf, du bist alleine da. Ich hab mir die. Im Guardian. Das ist doch nicht mehr die... Ey. Ich würd dir ein Damage machen, Alter. Ich würd nichts machen, der Grace mittlerweile Schaden. Der Grace hat halt gerade ein Double-Kill rausgehauen. Double-Kill. Hey. Rapsi. Wir haben jetzt über 10... Wir haben fast 10 Kills mehr. Aber wir können nicht raus. Wir müssen die ganze Zeit pushen. Äh, die ganze Zeit treffen. Dann push bitte schnell. Alleine. Alleine. Gegen Super-Minions ist das nicht so. Ich kann's ansatzweise hier versuchen. Wer hat uns doch Gold. Ich darf aber wenigstens... ...wennigstens den Tower noch weg zu kreieren. Tower. Ich push stopp nochmal eben schnell ganz hart durch. Pass auf, sind was da. Alle sind da. Ja, Affan. Ich hab noch mein Guardians. Eine Welle... Eine Welle... Eine Welle push ich top noch. Oh oh. Relias. Your inhibitor is respawning soon. On my way. Pass auf, oben. T has destroyed a turret. Pass auf. Ich glaub schon weg. Wollen wir den Jarvan versuchen mit ihm wegzuholen? Nein, nein, nein. Geh doch zurück, Mann. Die sind doch alle hier im Leben. Ganz ruhig. Sieh, wie es unten... Jarvan geht jetzt nach oben. Okay, okay. Mit Damage, Mann. Mit Damage, Mann. Was ist Jarvan? Pass auf, Affan. Bin ich bei euch. Bin ich bei euch. Affan kommt da unten. Ah, ah, jetzt sind alle Mitte. Jetzt will ich aufpassen. Das Jarvan, das Jarvan. Jetzt werden alle Mitte pushen, Kau. Hey. Kriegst du den? Ah, ist grad rüber gesprungen. Nee, der Vogel ist genau in die Richtung. Okay. Wo ist die Silvia? Die Silvia pusht durch. Die steht hinten immer. Die ist gar nicht da. Nicht mal hinten. Ja, einer muss in den Back gehen. Hier. Von wo hast du dich geslowed? Ehrlich. Von der Ulti oder was? Okay, jetzt müssen wir fighten. Ey, die pusht durch. Ja, ich geh schon B, ich geh schon B. Pusht ihr weiter, pusht ihr weiter. Wir können schneller pushen, wir können schneller pushen. Ich geh trotzdem in B, ich halt die auf. Halt sie auf. Ich bin dabei. Wurscht du, wir können durchpushen. Lass dich nicht killen von der. Nein, lass mich schon nicht. Halt sie nur auf. Komm, durch, 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 durch. Ich hab sie gekillt. Pusht. Scheiß drauf, pushen, 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 push, 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 push. Die schreiben ja nicht mal was, Alter. Außer, thank you, Lee. Das war das einzige, was die beiden geschrieben haben. Nur dieser eine Satz. Ich hab ihn einmal gestorben, Alter. Ich hab ihn größer nachher noch 22,8, Alter.